hajo alle kommen alle links und drüber ja aber die ampel vorher fand ich irgendwie besser da hat sich nie so gestaut wie hier jetzt guck mal was was denn was war denn der ist nach links ach so hat rechtsgewogen ist nach links ja man sieht man sieht ja auch das relativ schwierig und aber das heißt dann der nächste nur weil es möglich ist kann man doch die schilder ignorieren die sieht man ja nicht so gut die schilder nee es sind ja auch nur zwei das war aber eng oder ja finde ich auch da sind wir ja einer meinung und über rot na klar und auf den gehweg hajo egal nee das geht jetzt natürlich nicht hey hey hör auf ich will jetzt vor uns das gibt's alter da war gar nicht mal so viel platz hier noch zu meinem motorrad gell kann doch nicht von der ganz rechten spur nach der linie fahren weil der da drehen will der idiot weiß ich weiß es gar nicht ja aber bei so einer ja keine ahnung ist es halt schon assig oder ja irgendwie schon der kann nach vorfahren und gleich links beim schlachthof da ist eine extra ampel sogar ja wenn die ganze spur dann einfach nicht über die ampel kann alle taxis mit ihrem licht an oben ja ja und die schlacht beschweren ja ich habe mir nichts gesagt runter von der straße geil aber die waren auch ganz schön selbstbewusst gell wie die da auf die straße gelaufen sind läuft es das war natürlich nix und zurück genau der rote ist noch mal kurz rüber um den schwarzen zu ärgern und jetzt wieder zurück nach dem tag heute hätte ich es mir eigentlich verdient guck mal die hat ein rotes licht vorne hast du es gesehen? oh Achtung das hupt der uns an alter geht es immer gut der hupt uns was denn? ja da hat eine lüse ausgehobt weil wir alle angehalten haben ernsthaft? ja 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 ja